Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Phasmophobia. Mit neu meine ich komplett neu, weil ihr sowas doch nie hier gesehen habt. Hier haben wir Kami, Patti und Chris. Also wir werden uns jetzt gleich muten im Discord und dann nur noch hier in Phasmoreden, ihr kennt das. Es wird so ablaufen, wir spielen jetzt Phasmophobia. Ja, und werden versuchen, möglichst viel Content zu bieten, Spaß zu haben, rumzuschreien. Boah, Alter, du fassst mich so ab, Alter. Okay. So, okay, okay. Okay, Freunde, dann drücken wir mal alle bereit. Wir starten heute mit Brownstone High School. Auch der Bischof ist gestartet. Ja, die guten Jungs, die nehmen hier, by the way, nebenbei auch auf, damit ein bisschen Content geboten wird. Schön. Ja. Schön, ne? Schön. Kami ist wahrscheinlich schon ein Fan. Lonely, I am so lonely, bin wie immer der Erste auf der Map. Oh, oh, oh. So Angst. Sandra Davis. Ey, Sandra Davis. Okay, hier, warte. Ich lese mal vor, ne? Sandra Davis. Ich gehe rein. Scheiß auf die. Braucht keiner. Die braucht keiner. Wir brauchen die nicht. Wir brauchen noch keine Taschen. Wir gehen da rein. Sandra Davis. Oh, mein Greenscreen. Sandra Davis. Könnt ihr mal die Fresse halten, bitte? Ich bin unten rechts. Fresse halten, hallo. Ich bin unten rechts. Bewegt den Arsch, Chris. Oh, hier ist gerade Licht angegangen oder etwas geblitzt oder so? Keine Ahnung. Ja, wir spielen auch Profi. Was anderes gibt's bei uns nicht. Sonst haben wir ja gar keine Herausforderungen. Das Meme ist tot, genauso wie ich. Mal ganz kurz. Alter, mein Greenscreen ist ein Hurensohn. Ich glaube, Paddy ist da. Ich versuche einfach, meinen Kopf so zu halten. Dann scheint der Greenscreen zu funktionieren. Unten rechts ist sauber. Und links auch. Ein scheiß Greenscreen ist so ein Bastard. Oh, mein Gott. Wer hat kein Thermometer dabei von euch? Ich. Chris. Ah ja. Ich hatte den Raum. Der ist rechts neben der Aula. Oben. Ich bin mit hier. Ich bin mit hier. Ich bin mit hier. Ich bin mit dem Aula. Ich wünschte... Was? Was ist das? Wa? Hallo? Könntest du funktionieren? Hm? Könntest du... Hallo? Bitte, Herr Greenscreen. Bitte seien Sie doch einfach grün. und dann durchsichtig... Danke schön. Dieser dreckige, dreckige Greenscreen, ne? Aula. Dieser dreckige Greenscreen. Chillt doch mal, Leute. Aula. Hä? Chris, in dem Raum, der auf in der Mitte ist. Ich verstehe das nicht. Klaus, wir haben eine Geisterbox. Ja. Hier? Hier, alle. Das ist doch recht. He's close. Wir haben eine Geisterbox. Hallo, Herr Geist. Sandra. Oh, genau. Guten Tag. Sandra. Ich habe keine Fotokamera bei. Ich bin jetzt Fotoapparat dabei, Alter. Ich auch nicht. Fack mich nicht ab. Okay, dann lass mal... Hä? Ich habe eine Videokamera installiert. In der Ruhe. Echt jetzt? Telefon klingelt. Telefon klingelt. Telefon klingelt. Telefon klingelt. Okay. Hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Minecraft. Geisterbox und Fingerabdrücke. Das heißt, wir haben ein Spirit. Ein Gespenst zu deinem Probe. Ich gehe wieder. Oh, ich habe die VZ-Sara-Conner auf 10. Oh, ihn darf 10. Sandra Davis! Sandra Davis! Sandra, wo lang? Sandra Davis! Sandra. Die Sandra-Conner. Sandra-Conner. Ich glaube, der Chris ist behindert. Sandra Davis! Geil. Sandra Davis! Sandra Davis! Sandra... ...Sandra David... Ich glaube, das ist ein Poltergeist. Sandra Davis! 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 Ah! Oh, die ist durch mich durchgezogen. Die ist gerade durch mich durchgeruscht. Ich hatte so einen weißen Schimmer, der durch mich durch ist. Bin ich jetzt tot? Sandra Davis! Sandra Davis! Sandra Davies! 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 Sandra! Sandra Davies! Sandra! Sandra Davies! Ja, das ist eine Hand! Oh, da! Die ist hinter dir! Mach mal ein Foto! Hast du? Ja, aufhack, aufhack! Kinder, du musst aufpassen! Länder, pass auf! Du hast einen Doppelsprung! Sandra Davies! Lass Paddy in Ruhe! Paddy! Wo bist du? Pahl! Wollen wir mit der Fränze nach vorne und auch? Hören wir mit der Fränze nach vorne und강st! Aaaaaaaaaaaaah! Paddy lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Sandra Davies! Sie müssen schon mit dem Langshemel? Sandra Davies! Sandra Davies! Zeig dich! Zeig dich! Da ist so ein weißer, da seht ihr das? Ja, das ist neu. Das ist einfach neu. Da ist so eine weiße Wolke, die fliegt zu einem hin und dann kommt ein Geister-Event. Wie krass. Das ist ja cool gemacht. Ja, ja, das haben die, glaube ich, von der Woche reingepatcht. Ja, ja, das ist jetzt schon das zweite Mal. Wow. Sandra Davis. Hey, Fingerabschöne haben wir, ne? Sandra Davis. Wir haben Fingerabdrücken gemacht. Ja, wir haben ein Foto von dem Fingerabdrücken. Guckt doch einfach ins Buch. Sandra Davis. Sandra Davis. Sandra Davis. Sandra Davis. Sandra Davis. Sandra Davis. Wir haben einen Teilort. Sandra Davis. Sandra Davis. Ah, im F3. Im F3, im F3. Sandra. 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 Davies. Sandra Davis. Sandra Davis. Ja, hallo. Ah! Oh, da war, da, 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 da. Es ist da in der Ecke. Oh, hallo, ist da die krosse Krabbe? Die hat jetzt, da, 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 da. Die hat mir das noch gearscht. Die hat hier, da. ��i. Ne, die läuft zu Paddy. Ne,floi. Hey, Paddy, wo läufst du hin? Weg! Paddy. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch hierhin kommt. Ich glaub nicht. Wo ist die? Hinter, hinter mir, unten. Okay, es ist ein Poltergeist, es ist halt. Sandra Davis. Sandra Davis. Sandra Davis. Da, deine sanity ist auf null. Er hat dein Buch verschoben. Sandra Davis. Sandra Davis. Die krabbelt gar nicht raus. Da. Sie krabbelt im... Ah, jetzt krabbelt sie raus. Ja, Paddy hat schon eine verbraucht. Ich habe noch eine. Wenn du willst, kannst du auch das Foto machen. Nee, nee, mach du das. Sicher? Ja. Okay, dann mache ich das. Let me in! Let me in! Sandra Davis. Also ich komme jetzt hoch. Ich habe noch... Ich habe genau gesehen, wo die gespawnt ist in der Kamera. Die kleine... Die kleine... Die kleine halt. Zeig dich! Ihr dürft's ja auch machen. Zeig dich! Sandra Davis. Sandra! Bitte hol dich los, Sandra. Ich war ein kleiner Scheren. Ich weiß doch, dass du mich liebst. Sandra! Sandra Davies! Sandra, wo bist du? Sandra Davis. Ich wollte so zu mir! Sandra Davis! Gib uns ein Zeichen! Sandra! Zeichen! Die ist hier gestapt. Sandra Davis! Sandra! Da ist sie! Ich habe ein Foto! Es hat gezählt! Schnell weg! Schnell weg! Ghostbusters! Das hatte die gleich wirklich. Ghostbusters! Ghostbusters! Ich hoffe, Chris stirbt. Ich habe es nach draußen geschafft. Scheiß auf die Kamera! Chris, halt's mal holen! Uuuh! Alleine draußen bist du! Hey, was ist denn mit euer Sanity los, meine Spy 100? Wundervoll! Wir fahren! Wundervoll! Wir fahren! Runde 2! Runde 2! Runde 2! Tegawatt Street House! Runde 2! Runde 3! Streeet House! Runde 3! Runde 3! Runde 3! Hey. Hey, wie sieht's heute aus, du? Ja, danke. Ich war sogar vor dir da, Arschloch. Oh, unser Geist heißt Patricia! Martin. Patricia Martin. Wir gehen direkt durch hier. Wir gehen direkt durch wie Boda. Patricia Martin! Wir waren schon durch. Jetzt haben wir uns mal hier wieder durch. Patricia Martin. Peter, wo bist du? Hier, Chris, hier. Hier, hier. Oh nein. Wir sind 11 Grad. Was? Wo sind die 11 Grad? Ich weiß nicht mehr. Wir waren irgendwo 12. Wo sind die 11 Grad hinter? Im Keller. Im Keller. Keller. Keller! Keller! Dicht. 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 Jawel. Doch, elf. Oh, der hat hier... Der hat hier... Der hat hier... Ja, der hat uns gebaitet schon wieder. Na. Ja. Aber wo? Das ist bestimmt das Wohnzimmer. Ja. Wohnzimmer? Das ist das Wohnzimmer. Ja. Das ist das Wohnzimmer, Freunde. Patricia Martin! Wie alt bist du? Die ist schüchtern, die ist schüchtern. Ja, ihr seid halt alle hier, ne? Ja, wir sind alle weg. Beste Macht. Ah! 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 Wow! Es ist das Wohnzimmer, Freunde. Das ähm... Legendäre... Wohnzimmer. Ah! 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 Wir machen das, wir brauchen einen Tuch. Hoppala... Was? Soll. Geister was? Box! Waas? Geist da was? 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 was? Geisterbuch? Geister was? Geisterbox? Fingerabdrücke? Lillia Zeversy, Jefferson James Ridley, Mandy Robleson, Kendra Anderson, Linda Martin, Thomas Thomas Hallo sind sie hier im Keller? Hallo? Hallo Candle? Hallo Le? Was ist denn eigentlich der Knochen? In der Garage gucken, hier ist ja nischt. Oh da ist ein Schlüssel, den nehmen wir mit. Wir haben Orbs, Orbs nicht Orbs. Entschuldigung, der Fall ist ja gar nichts. Und Orbs? Hä? Was passiert? Bei mir hinter sich die ganze Zeit das Bild. Bei mir hinter sich die ganze Zeit das Bild. Was passiert hier? What the fuck? Was passiert hier? What the fuck? Was passiert hier? What the fuck? Hä, war das der Geist? Das ist ja voll gut, dass er das könnte. Weil du keine Zeit bis zu 100%. Was passiert hier? Wir kats... Hä? Hä? Lol... 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 Lololololololololol... Lololololololol... Lolololololololol... Lololololololololol... Was zur Hölle war das gerade? Ich wollte euch ein bisschen verarschen und hab die ganze Zeit den Strom an und ausgemacht. Auf einmal spawnt die neben mir in der Garage. Lol. Ja, wir hatten gerade unsere eigenen komischen Ereignisse, das Bild auf dem Komunit, weil sich die ganze Zeit geändert hat. So 20 Bilder pro Sekunde. Ja, das war, weil ich das Licht die ganze Zeit, den Strom an und ausgemacht habe. Ach so. Oh mein Gott. Martin Gerricks. Patricia Martin. Die ist einfach hier gespawnt. Hier, hier. Was für die Hände. Wo ist hier? Die ist einfach hier gespawnt. Das war super weird. Los, guys, die Erscheine! Patricia Martin. Hallo. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich habe noch nicht da geguckt. Haben... Linda? Ich muss kurz... Ich muss kurz was verstecken. Chris ist viel zu sehr in der Nähe. Oh. Oh, 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 oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Lass uns irgendwo hingehen damit. Mach an. Mach an. Frag es was. Wir müssen ein Foto machen. Legs hin. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Das funktioniert nur drin, ja. Ja, okay, dann... Oh. Okay. Okay. Hä? Was? Was passiert? Was? Was passiert? Pass auf! Hey! What the fuck? Oh. Was? Hey! Hey! Ich kann auch mein Salz nicht aufheben. Nein! Ah, geht doch. What the fuck? Leg mal hin. Wie alt bist du? Leg das mal... Leg das... Leg das mal hin, bitte! In der Hand! Ach so, Worte von, das fliegt eben von drei Metern über dir, Chris. Legs hin! Ah, ja! Ich hab ja nicht in der Hand. Doch, da ist er. Legs hin! Wie alt bist du? Legs hin! Fertig auf Urlaub! Oh, toll. Wo seid ihr? Hier! Alter wird sterben. Alter wird so sterben. Wie alt bist du? Krass, Mann! Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du, Mann! Warum bist du still? Warum bist du still? Und einfach nur die Tür nicht auf! Wo ist das Ouija-Bot? Wo ist das Ouija-Bot? Legs mal bitte hin! Legs mal bitte hin! So und jetzt geh mal ganz kurz... Wie alt bist du? Chris, bitte! Chris, bitte! Legs kurz hin! Du kannst es danach haben, okay? Du kannst es danach haben! Lass mich bitte kurz... Wir brauchen ein Foto davon! Ich brauche ein Foto! Chris, bitte! Legs kurz hin! Kurz! Kurz! Chris, bitte! Wie alt bist du? Chris, bitte! Chris, bitte! Ich brauche ein Foto davon! Der Kopf ist hier der Foto davon! Erzähl die Hubschau! Ach, hat die Zähne, hat die Zähne! Mach mal jetzt! Scheiße! Scheiße! Wo bist du? Dem kräftest du nicht! Halb ich's aus! Es kann bitte nicht zu uns! Den gräßt bitte nicht uns, den gräßt nicht uns, den gräßt nicht uns, den gräßt nicht uns. Ich werde das dann eh nicht mal in den Keller rein. Hallo? 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 Warum? Warum? Oh nein, Chris! Du bist so ein schlimmer Mensch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Chris muss auf den Scheiterhaufen! Party, gib uns halt Zeichen! Ich hab's versteckt! Ich hab's versteckt! Ich hab's versteckt! Komm her! Ich hab's versteckt! Oh nein! Ich party! Chris, du hast Party getötet! Du hast Party getötet! Ich bin super so! Nein! Ich wollte auf Party! Du hast Party getötet! Ja, okay, dann lass fahren, ne? Ey, warum? Waschbecken? Willst du das Waschbecken noch machen? Dann gehen wir da eh nicht hin! Achso! Okay! Nein, er geht dahin, wo das Ouija-Bot ist! Nein, er geht! Nein, er findet das Ouija-Bot! Nein! 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 Nein, das ist in der Badewanne! Oh! Oh! Sehr gut! Ernstig gesehen! P endroit! P